Hey ihr kleinen Quadrat-Augen, willkommen zurück zu The Little Nightmares 2. Es kam jetzt ein paar Tage kein Video. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz fit wieder. Also ich hab mich da ein bisschen überschätzt die Tage. Mein Kreislauf hat nicht mitgemacht, aber ich hoffe das geht jetzt irgendwie. Ich will ja auch wissen wie es weitergeht, nicht wahr? So, wir sind keine Ahnung wo in so einem Wohngebiet mal wieder. Und ich hab mir auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht zur Story. Also irgendwie kommt mir das alles immer mehr wie eine Vorgeschichte vor. So, bei mir sind offensichtlich ja dieser junge Mono. Aber der kommt ja erst später vor im Spiel. Das heißt, da treffen wir ihn ja mit Six. Ne, warte mal, das Mädchen ist Mono hier, oder? Ich hab nämlich schon in den Kommentaren sowas gelesen, dass das wahrscheinlich alles so die Vorgeschichte ist. Also der erste Teil, dann kommt Very Little Nightmares und dann kommt Little Nightmares 2. Ne, Quatsch, nochmal. Also Little Nightmares 2, dann kommt Very Little Nightmares und dann kommt Little Nightmares. Das ist so von der Chronologie der Geschichte, sag ich mal her. Bin gespannt. So abartig, dieses Spiel immer noch. Was hier alles passiert. Also, die Leute sind so abartig, mein ich. Ah, die Häuser sind noch nicht gerade sehr stabil. Komm schnell. Schnell Mädchen. Oh nein. Alter, hier bringt's alles ein. Wow. Nein. Was? Was? Okay, wir müssen zurückkommen. Aber wohin? Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Schieb. Ah, die Tür umkippen. Ja, komm. Oh. Oh, kacke. Lauf. Oh. Oh, nö. Muss ich sie retten vielleicht? Oh, Leute. Ich will nicht lügen, aber ich hab echt Schmerzen. Gerade ist das nicht schön. Aber kriegen wir hin. Faktorier's jetzt einfach ein bisschen. Oh, nö. Oh, nö. Ist eigentlich platt, Mädchen. Oh, yeah. Das wurde ja auch schon so die Vermutung geäußert, dass vielleicht... Okay. Ich dachte, da kommt was raus. Dass vielleicht das Mädchen, das mit den weißen Haaren im Very Little Nightmares, dass das vielleicht Six sein könnte. Man weiß es halt nicht, ne? Man weiß es nicht. Könnte alles sein, so von der Geschichte her. Aber zum Glück geht's dir gut. Ich mein, nicht so spindeldür. Wahrscheinlich... ...könnt sich da gar nicht gequetscht werden. Und ich hab keine Taschenlampe mehr, übrigens. Spooky Kinderzimmer. Guck mal, das ist alles so riesig wieder. Warum sind wir so klein? Und... ...der Rest ist hier alles so groß, bitte. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Mütze versteckt. Ich brauch mal wieder einen neuen Hut, Leute. Es geht nicht anders. Ich brauch mal wieder einen neuen Hut, Kinder. Die Zeichnungen sind auch gruselig. Guck mal, ein Mann mit schwarzem Hut. Schwarzes Gesicht. Und überall Augen ansonsten. Unheimlich. Was ist in dem Päckchen hier? Ich will das Päckchen aufmachen. Geht aber nicht. Aha, aha, aha. Was gibt's hier noch? Sonst nix mehr. Ich muss doch bestimmt wieder irgendwas anwerfen. Huh. Lauter Briefe. Ich schau wieder einen Fernseher. Ah, diese Versionen werden immer unheimlicher irgendwie vom Fernsehen. Wenn wir da drin sind. Es geht immer so ein Stückchen weiter an die Tür. Ich bin ja gespannt. Ah. Oh, das macht mich ein bisschen krank, ne? Das macht mich alles so ein bisschen krank hier. Wop, 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 wop. Los, sprinten. Das Auge schaut uns genau an. Oh, wir können die Tür aufmachen. Nein, und wieder hört's auf, oder? Ne. Das ist die Frage, wollen wir die Tür aufmachen überhaupt? Oh, mein Gott. Das ist der Slenderman. Oh, nein, das ist Slenderman. Oh, bitte nicht, dass der jetzt... Oh, das wär fies. Oh, nein, wir müssen laufen. Der Kopf bestimmt jetzt raus, oder? Ah. Alter. Oh, mein Gott. Wir kribbelten. Lauf. Lauf, 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 lauf. Ah. Und damit verstecken, komm. Sliden. Oh, Mann. Dieser ekelhafte. Nein, nicht das Mädchen. Ach du Scheiße. Jetzt verstehe ich diese Krissel. Das sind die Überbleibsel von dem, wenn der... Oh, nein. Sind die Krissel wirklich das, was übrig bleibt von den Kindern, wenn er sie aufsaugt? Oh, nein, nicht das arme Mädchen. Also haben die die ganzen Fernseher kaputt gemacht, hier. Gib sie uns wieder. Boah. Alter. Was passiert hier? Das ist so absurd, aber irgendwie auch so krass gut. Oh, mein Gott. Warte mal. Lass erst mal gucken. Gibt's hier noch was? Boah. Dieser Welt, ne? Ich wollte kein Kind sein. Furchtbar. Oder generell in dieser Welt wollte ich nicht sein. Aha. Ist das unheimlich, oder? Ah, okay. Ich muss dagegen drücken. Ich dachte gerade irgendwas. Ah, okay. Das ist cool, das Rätsel. Also sind die Fernseher Teleporter? Das seltsam, oder? Aber die Idee finde ich klasse. Das ist so krank. Oh nein, das Ländermä... Ich will gar nicht wissen, was er mir dir anstellt. Geh da mal hoch, bitte. Ich will's mir gar nicht ausmalen. Schon lange keine Krisseln mehr hier. Voller Blüte, ne? Boah, diese Bretter, die sehen auch so unsicher aus. Hä? Woher wisst gar nicht, dass sie da hinten ist? Kein Plan, ich geh einfach weiter. Man weiß es nicht. Oh, ich fühle mich so schlecht gerade, dass das Mädchen weg ist, weil ich der Tag kacke. Das war ja sowas wie unsere Freundin. Oh, nein! Au! Sind das die Ausgesaugten vielleicht, die Leute? Ich überlege gerade, ist das vielleicht alles dieser Slenderman gewesen? Hat der die alle ausgesaugt und die Klamotten nur zurückgelassen? Aber von ihr ist ja auch mehr zurückgeblieben, als nur... Und jetzt? Ah! Okay. Die ganze Zeit hat die Fernbedienung dabei. Ist ja witzig. Ich will daran festhalten. Ah! Wo? Okay, das war knapp. Wie sie aussieht. Alles total am Arsch. Aha. Ist das ein Geheimnis? Ich habe bestimmt schon so viel verpasst wieder. Ärgerlich. Obwohl ich eigentlich immer ganz aufmerksam bin. Kann es sein, dass ich irgendwo nur ein Schränkchen verschieben muss. Und dahinter ist dann was. Okay. Wäre ich jetzt hier runtergefallen, wäre ich ja auch hier gelandet eigentlich. Eine neue Mütze! Ja! Hi, Wi-Fi! Okay, Moment. Hier muss erst freigeschaltet werden. Jetzt. Ha! Ahaha. Wie es aussieht. So. Bitte hier rein. Hallo. Bitte. Bitte hier rein. Danke. Mhm, 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 mhm. Ach man ey, was setzen sie uns noch hier alles vor? Ich meine Slender... Hallo? Slenderman ist schon gruselig genug, finde ich irgendwie. Ich fußt übrigens alles auf dem YouTube-Kanal Bullet Hornets, kann man sich mal angucken. Das ist ziemlich, naja, ist ziemlich amateurmäßig gemacht, aber es ist ganz cool, weil die damit halt echt so was, so ein urban myth geschaffen haben. Ach, kann man da auch in der Fernseher, der kann ich so bestimmt anmachen. Und ihr habt es halt Folge für Folge immer weiter aufgebaut. Das sind halt angeblich so found footage. Da wollte einer so einen Film drehen und der Kumpel findet das. Aha. Warte mal, ich muss doch den anderen Fernseher wieder anmachen, dass ich hier rauskomme. Ach, Mist, was mache ich denn da? Das ist eine Plattform für die Mitte zum drüberspringen, merke ich. Das ist nicht, dass ich hier hochklettere. So. Die Musik auch. Alles so fröhlich und freundlich. Und dabei ist es eigentlich total... Das ist der Tod, der im Fernseher lauert. Der Tod. Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz was... Ist das unser Talent, unser Spezialtalent, oder kann das irgendwie jedes Kind? Oder kann das jede Person? Deswegen ist ja auch aufgesaugt worden wohl. Krank, sowas zu machen. Das mit den Fernsehern meine ich. Das muss hier irgendjemand erfunden haben. Oder das ist ein Fluch? Was ist in dieser Welt kein Fluch, ist die Frage, ne? Lass mal an, stört ja keinen. Denke ich zumindest. Sehr gut. Ich will Briefe hier überall rumliegen. Hier funktioniert doch schon ewig nichts mehr in dieser Stadt, oder? Wow, die Klammern. Au. Scheiße, das war laut. Ich glaube nicht, dass wir das Bild hier nochmal sehen, oder? Oh nein. Äh? Äh? Okay, interessiert sie gar nicht. Was passiert, wenn ich den Fernseher ausmache? Der wird bestimmt richtig sauer, hm? Oh, ich wette, ich muss das machen. Nein, lass mich! Ich wollte doch mal gucken, was passiert. Okay, sie saugt mich aus. Cool. Ach du Scheiße. Die sind ja jetzt auch solche Saugviecher geworden, hm? So, liebe Kinder, jetzt seht ihr, was der Fernsehkonsum mit euch anrichtet. Die saugt jeden Scheiß in euch rein, den man euch so vorsetzt. Offensichtlich. Ja, ich muss irgendwie ablenken, weil wenn ich jetzt hier draußen den Fernseher anmache... Muss ich das ja als Teleporter nutzen irgendwie, aber wie komme ich jetzt daran, ohne dass die mich wahrscheinlich massakriert? Gar nicht, schätze ich. Aha. Ach, jetzt guckst du hier den Fernseher. Okay, okay, da wäre mir ja gar nichts passiert. Boah. Was für eine kranke Welt. Also, allein das wird, wie man sich das ausdenken kann. Ich finde das so heftig. Also, diese Fantasie möchte ich mal haben, du. Und da ist der nächste Fernsehjunkie. Mag ich sich hier unten einschalten vielleicht? Ne. Oh, Mann. Oh, nein, der kommt jetzt nicht hier runter, oder? Nein. Irgendwie muss ich das Ding da drüben ankriegen und dann wieder durchgehen, so wie ich es eben gemacht habe. Aber ich habe gar nicht die Reichweite zum Fernseher hier oben, oder? Ne, das reicht einfach nicht. Das reicht uns nicht. Oh, das geht. Warum geht das auf einmal und dann wieder nicht von der Entfernung? Alter. Das hat man von Zoom gesteuert, glaube ich. Wow. Nein. Junge, halt nicht fest, bitte. Warum gehen manche kaputt und manche nicht? Ich meine, es ist ein Wunder, dass es überhaupt geht, so wie im Regen. Da steht der Fernseher. Ich bin schön entspannt, das Bad in der Dreckwanne. Uh, ha, uh, ha. Oh, Gott. He, he, he. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, da steht schon wieder einer. Die haben alle kein Gesicht. Aber ich würde dieser Slenderman, der hat auch kein Gesicht, aber der sah anders aus. Ich will nicht sagen normal, aber der sah anders aus als diese Typen hier. Definitiv. Oh, es sind wirklich mehrere. Ach, das ist scheiße. Unterwerft euch dem Auge. Oh, Mann, wie krank. Warum macht ihr das? Man hat auch einen Grund zu leben, wenn es keinen Fernseher mehr gibt. Ja. Das waren sie alle. Oh, Mann, was für eine kranke Welt. Hier glüht sogar noch die Zigarette im Aschenbecher. Hallo? Komm ich da nicht vorbei? Seht ihr, jetzt hättet ihr einen Grund gehabt, weiterzuleben. Was eine gute Idee ist. Oh. Ich mach's einfach. Wow. Mehr Glück als Verstand, diese Aktion gerade wieder. Oh, nein. Na toll, jetzt wird da noch irgendwas hier rein. Mhm, ich seh schon. Oh, Strom, jetzt kannst du da reinkommen. Kommen sie rein, kommen sie rein. Lass mich raten, ich muss die Bretter entfernen. Alleine. Nein, nein, nein. Oh, stirb. Oh, Mann, besser eher als wir, ne? Sag ich mal. Alter, ich sehe, wie der aussieht. Müll, Müll, Müll. Oh, nein. Oh, nein, ich hab den Fernseher nicht angemacht. Ich hab den Checkpoint. Ich starte nochmal den Kontrollpunkt, Leute. Sorry. Sorry, aber ich starte nochmal den Kontrollpunkt, weil... Nee. Ich will den Fernseher anlassen. Nicht, dass ich nicht mehr zurückkomme oder so. Das wäre furchtbar. Deswegen geht's hier auch noch irgendwo hin. Oh, in den Tod geht's hier. Das ist ja schön. Ganz happy, die Musik. Mhm. Na gut. Boah. Boah, wie sie aussieht, diese Müllrutsche. Da ist ne Puppe ohne Kopf. Ach, du Scheiße, Mensch. Au. Da, hier. Was ist das? Ich glaube, ich hab's weggeworfen. Da ist es. Ne, das war ein Schuh. Wo ist dieses Paket und was da im Koffer war? Äh. Ich wollte es doch nicht wegschmeißen. Nicht so, dass ich es nicht mehr finde, meine ich zumindest. Ach, Mist. Na, egal. Ist es das? Nein. Ich brauch auf jeden Fall Hilfe, wenn ich da einen Hebel will, oder? Warte mal. Reicht das schon? Mhm. So. So. Das reicht. So, und nur? Aha. Muss hier vielleicht nur schnell genug sein, aber irgendwie glaube ich das nicht so ganz. So, jetzt kann ich hier theoretisch wieder da runter und dann auf dem Zwischenstockwerk... Ne, warte mal, die Tür ist ja jetzt zu. Die Fahrstuhltür. Auf jeden Fall muss ich über diese Zwischenstockwerke oben raus, schätze ich mal. Ja. So, warte, werde ich das jetzt... Okay, das ist aber schwierig vom Timing her. Ich muss den Hebel ziehen und dann direkt an den Fernseher oder was? Ah. Ich glaube, andersrum wird es nicht funktionieren. Wenn ich nach oben fahre, geht das nicht vom Timing. Also sterbe ich einfach. So, hier muss ich wahrscheinlich raus, oder? Ah, doch, das geht. Das geht ganz gut sogar. Au. Frage, jetzt ist doch, war das richtig? No, ein Spielzeugkäschen. In dieser Welt ist kein Platz für schönes Spielzeug. Oh Gott. So viele gruselige Puppen, die ich kaputt mache. Oh nein, nicht schon wieder. Und hier ist alles unter Strom. Ah. Okay. Elektrifiziert. Leute, ich mache hier leider schon mal Schluss. Das geht echt nicht so gut heute, aber... Ich werde versuchen, jetzt wieder regelmäßig Videos zu bringen, ohne Pausen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Little Nightmares 2, hoffe ich doch. Bis dann, tschüss, macht's gut.